servus miteinander ja wir haben schon den ersten ausfall gestern wo ich über die offroad piste wahrscheinlich mit dem ganzen gepäck geradelt bin hat sich dieses nette dieses nette gerät hier verabschiedet dass dazu zuständig ist die koffer gerade zu halten ja da fahren wir jetzt einfach mal weiter das hat jetzt die letzten 130 kilometer plus noch mal gestern 200 kilometer gehalten dann gehe ich mal stark davon aus dass wir das auch jetzt noch hinkriegen naja dann bis bald